Wir wollten eine ganz neue Art der höhenverstellbaren Küche verwirklichen, die hundertprozentig zu unserer Küchenphilosophie passt, denn dazu gehört immer auch eine Kochinsel, im Idealfall sogar freistehend. Da drück ich da drauf und dann flippe ich innerlich aus, weil du hier sogar mit einem Zentimetermaß feststellen kannst, wie hoch du hier diesen Herdblock hochfährst. In unserer Küche ermöglichen wir sowohl bei der Kochinsel als auch der Spülenseile Arbeitshöhen von 75 cm Esstischhöhe bis zu 120 cm Stehtischhöhe. Aber unsere stabilen Hubsäulen verstellen dabei nicht nur die Arbeitsplatte, sondern heben die gesamte Küche mit allen Schränken im Ganzen an. Der große Mensch hat also exakt den gleichen Zugriff auf alle Schubladen direkt unter der Arbeitsplatte wie der kleine. Sehen Sie es, ich werde gar nicht größer, die Küche wird nur niedriger, abgefahren. Vom Drumherumsitzen sogar mit normal hohen Esszimmerstühlen bis zum Sektstehempfang auf 120 cm Höhe sind alle Varianten des Wohnens und Kochens möglich. Gleichzeitig ist die Reinigungsmöglichkeit unter der Küche extrem komfortabel. Würde man den Topfschrank unter der Kochinsel und den Spülenschrank unter der Spüle weglassen, würde die Küche unterfahrbar und damit barrierefrei und rollstuhltauglich. Wir müssen erstmal an die Größe anpassen. Um den immensen Verstellweg von 45 cm erfüllen zu können, entwickelten wir eine völlig neue, freitragende Unterschrank-Aufhände-Konstruktion aus Edelstahl und Holz, die von den Hubsäulen problemlos gehoben und gesenkt. Für die Miniküche ist, dass wir die Küche so anpassen können, dass sie ergonomisch auch für unsere kleineren Küche funktioniert. Jetzt könnt ihr wieder weiterarbeiten. Im Vorfeld haben wir die bereits in der Werkstatt als ergonomischen Arbeitsplatz installierten Säulen mit allen draufsitzenden Mitarbeitern getestet und waren begeistert, wie sie mühelos 700 kg freudige Möbelmacher bewegten. Das Thema Größe. Wir haben wahrscheinlich die einzige Küche, die wir jeweils an den Koch anpassen können. Mit dem kleinen Problem, das wir jetzt haben, wenn die Köche unterschiedlich groß sind, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber immerhin. Also Herbig, bei uns lässt es so, weil wir kochen immer auf höchstem Niveau. Nee, aber das ist wirklich toll. Das Niveau eurer Küche ist immer hoch und unsere Arbeitsplatte ist einstellbar. Alle Küchen entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen und verwirklichen sie in Einzelanfertigung aus dem Holz der Herzbrucker Alp. Rufen Sie unter Einfach an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Bis bald! Rufen Sie unter Einfachen Und dann Untertitelung des ZDF, 2020